So, was hast du jetzt in... Zählen wir ins Roten. Äh, Game of Thrones. Weißt du die Staffel? Äh, Monsanto Reisfeld. Äh... Ich kann die Asier. Äh, Monsanto Reisfeld. Jetzt kommt eins. Das siehst du nicht mehr. Ah, das ist ein von Citroën. Ähm... Alter, Daniel. Ist das jetzt schon Ariel? Ja. Ariel, Störmthaler See. Bruder, warte mal. Wir haben Übelziel vergessen, glaube ich. Warte mal, das ist noch nicht Ariel, glaube ich. Nee, was denn sonst? Doch, es könnte schon Ariel sein. Also wenn es Ariel ist, dann ist es der Störmthaler See. Ja. Und dann ist es der Donald Trump Buttplug. Ja. Dann... Äh, Nostarafurt. Ja. Chemtrails? Ja, ja. 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 Ja, dann Haluhut. Dann... Ist das schon dieses Super-Ding jetzt? Ja. Super... XB. Was? Super-Echt-Ding. Von da ab, Mann. Boah. Wir wissen, was du sagen wolltest. Super-Super-ExB, ja. Genau mit rechts rein darf ich das. Nee, fahr doch einfach gerade. Ja, du lässt da schon einer rein. Sei vor, dass du auf dem Platz hast. 200 Meter noch. Vor dem Bus. Ganz ruhig. Vor dem Bus auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Da hast du auf dem Platz auch. Okay. Äh... Ja, guck. Ja, guck. Guck mal. Jetzt sind wir alle schon zweit rechts. Dankeschön. Äh... Super-ExB irgendwas? Ja. Alter, ich hab einfach kein Gehirn mehr. Äh... Ich hab ne Verbindung gemacht. Ah, ein Wörterbuch, wo Akt drinsteht. Ja, Mann. Das sind keine Verbindungen. Das ist... Weil... Weil irgendwie sowas damit geschlagen hat. Ähm... Es ist das, was du neu mitnimmst. Und... Wenn euch das gefällt, können wir viel mehr davon machen. Das ist super Content für ne Autofahrer. Äh... Ein Windrad. Ein Windrad. Boah. Wir haben noch Karate. Was ist denn da? Der fährt da einfach rechts vorbei? Ist das ein Spaß? Ja, weil du die Aussagen nimmst. Kannst du das machen? Echt? Theoretisch schon. Ich glaub die Aussagen nimmst. Theoretisch schon. Kannst du das machen? Ja, theoretisch schon. Ja. Du bist frei. Du willst halt eher in die Ausfahrt. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Guck halt, ob irgendjemand anders auch noch in die Ausfahrt will. Aber... Ja. Eier, fuck it. Äh... Karte, guck mal auf den Akkustand. Alter, A19, übelst frei, oder? Sieht voll gut aus. Jetzt sind wir ja schon übelst raus, Mann. Ja, wir haben keinen Speicher. Also, Akku haben wir noch keinen Speicher. Sieht nicht gut aus. Ja, keine Chance. Ja, ich glaube, es ist toll. Nichts prevention. Jawohl. Was ist für in die Ausfahrt,